Fische sind in Not. In den 90ern kollabierte die Kabeljau-Population vor Kanadas Ostküste. Angelsport und industrielle Fischfang dezimierten die Population des Riesenzackenbarsches in Südflorida. Und die meisten Thunfischbestände sind um mehr als 50 Prozent geschrumpft. Der Überfischung passiert auf der ganzen Welt. Doch wie ist es dazu gekommen? Fischfang assoziieren viele damit, entspannt in einem Boot zu sitzen und den Fang einzuholen. Aber der moderne, industrielle Fischfang, der unsere Supermarktregale füllt, gleicht eher moderner Kriegsführung. Hier werden Technologien verwendet, die für den Krieg entwickelt wurden. Radar, Sonar, Helikopter und Sichtungsflugzeuge weisen den Schiffen den Weg zu immer kleiner werdenden Fischwärmen. Mit Langleinen oder riesigen Netzen werden große Mengen Fisch gefangen, aber auch andere Tiere wie Vögel, Schildkröten und Delfiner. Der Fang wird auf riesige Boote verladen, die mit Schockfrost und anderen Verarbeitungsanlagen ausgestattet sind. Diese Technologien ermöglichen es uns, den Fisch so tief und so weit draußen zu fangen wie nie zuvor. Und damit nahm auch die Anzahl der Fischarten zu, auf die wir Jagd machen. Der schwarze Seehecht etwa sieht nicht besonders appetitlich aus. Bis Ende der 1970er Jahre beachteten die Fischer ihn gar nicht. Dann wurde er in den USA als chilenischer Seebarsch vermarktet, obwohl er eigentlich eine Kabeljauart ist. Bald tauchte er auf Märkten weltweit auf und gilt heute als Delikatesse. Leider pflanzen sich diese Tiefseefische frühestens mit zehn Jahren fort, was sie extrem anfällig für Überfischung macht, wenn sie gefangen werden, bevor sie laichen können. Auch der Verbrauchergeschmack kann negative Effekte haben. So gilt Haifischflossensuppe in China und Vietnam als eine solche Delikatesse, dass die Flosse zum lukrativsten Teil des Haies wurde. Viele Fischer beladen ihre Boote einfach nur mit Flossen und lassen Millionen tote Haie zurück. Die Zahlen sind alarmierend. Fast 31 Prozent der weltweiten Fischbestände sind überfischt und weitere 58 Prozent werden am Rande des höchstmöglichen Niveaus befischt. Wildfische können sich gar nicht so schnell vermehren, wie die Menschen sie essen. Fischfang beeinflusst auch andere Teile des Ökosystems. Freilebende Garnelen werden mit Netzen so groß wie Fußballfelder gefangen, und zwar am Meeresboden. Doch im Schnitt sind nur fünf Prozent des Fangs Garnelen. Der Rest ist Beifang, also andere Tiere, die später tot zurück ins Meer geworfen werden. Doch die Garnelenzucht an der Küste ist auch nicht viel besser. Mangroven werden abgeholzt, um Platz für Garnelenfarmen zu schaffen. Dadurch gehen Sturmschutz, Wasserfilterung und Aufzuchthabitate verloren. Aber wie kann es gelingen, dass sich der Fischbestand erholt? Schutz kann viele Formen annehmen. In nationalen Gewässern können Regierungen beschränken, wie, wann und wo und wie viel Fisch gefangen wird. Mit Einschränkungen für Boote und Ausrüstung. Schädliche Methoden wie Schleppnetzfischerei könnte man gänzlich verbieten. Und in Meeresreservaten sollte gar nicht mehr gefischt werden, damit sich die Ökosysteme erholen können. Auch die Sensibilisierung der Verbraucher kann Praktiken wie das Abtrennen von Haifischflossen reduzieren und die Fischereiindustrie zu nachhaltigeren Methoden bewegen. Das hat schon so manchen Fischbestand gerettet. Ein guter Lösungsansatz basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und respektiert Fischer, die auf das Meer angewiesen sind, sowie natürlich die Fische. Zudem müssen die aufgestellten Regeln durchgesetzt werden. Und da den Fischen Ländergrenzen egal sind, ist internationale Zusammenarbeit gefragt. Wir müssen die Überfischung stoppen. Ökosysteme, Lebensmittelsicherheit, Arbeitsplätze, Wirtschaft und ganze Kulturen hängen alle davon ab. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ad.ted.com-earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.